So, ok, ja, jetzt kommt der Speed-Torn, den ich eigentlich gestern machen wollte, und zwar der von Doom 2, wohingegen ich ja gestern, ähm, Leider Scrimination Day genommen habe. Das Menü war so verlockend. Gut, nichtsdestotrotz, würde ich mal sagen, New Game, Tactical Mode, Fall on Earth, und dann Roller the Mode. So, da-da, 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 so, 0, Doom 2, Realism Tactical Speed, äh, ja. So, brauchen wir zwar nicht, ich nehme die aber trotzdem, sicher ist sicher. Na komm, geht doch. So, Schrotflinte kann ich schaden. Ja, ich nehme den kleinen Umweg hier mal in Kauf. So. Okay. Dann ab für die zweite Map. So, ja aufpassen mit dem Wasser. Wenn wir das Wasser nämlich reinplanschen, dann erschrecken wir die Leute hier. Und das wollen wir ja nicht. Fuck. Klappe. Klappe. So, wer hat sich da jetzt teleportiert? Oder was? Oder was? Hallo? Autsch. Das war nicht gewohnt Fuck Sooo Oh Achso, halt Braucht er noch die rechte Fahrt ko Kampus 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 Wow! 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 Oh, noch Speichern. Okay. Wow! 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 Das ist noch ein Krach hier, Alter. Wow! 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 So, jetzt mal ganz schnell die blaue Rüstung holen. Und jetzt sind wir mit dem Level auch so weit durch. Wir sollten vielleicht noch ein Backpack holen. Äh, quasi das hier. Äh, genau. Äh, hier. Das schon. Denk mich doch. Was meinte ich? Healthpack. Oder Medikit. So, jetzt kommt schon ein etwas schwierigere Level. Wow! Das ist ein Krach. Was? Wow! Wie solche Items immer zum ungewössigsten Heldung kommen, ja? Äh, geht da gar nicht. Äh... Wie denn jetzt? Da. Ne, das ist mir zu lange. Das soll ja. Das soll ja tatsächlich ein Schnellbeflug sein und kein... Pass hier lang. Wie denn da geht das denn? Das kann ja auch nicht. Aber dann wird das nicht mehr so weit weg. Dann kann ich das nicht mehr so weit weg. Okay. Wow, there's one. Das war's für heute. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir uns langsam mal um die Außenstellen kümmern. Das ist ja ein Trauerspiel. Ja. So. Gut, dann holen wir noch schnell die Boni. Alter, ernsthaft jetzt? Boah, das ist die Munition kann auch nicht schaden. Dankeschön, Dankeschön. Oh, wir haben bereits mehr Fernungsrüstung. Ist ja nice. Nicht schlecht. Gut, dann können wir jetzt quasi direkt hier an den Start gehen. Sammern. Perfekt. Und... Ah, ich bin sicher zu level. So. Oh. 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 Tod. Oh. So. Okay. Soooo... Dude... Geh ich da rein? Da komm ich ruhig mal. Ja doch. War gar nicht mehr so flessig. So, jetzt müssen wir hier rein. Ah, da komm. Komm, komm, komm. Jawoll. Gut. Dann geben wir uns langsam auf die letzte Fläche des Levels zu. Oh ja, da ist doch selber. Kommt. Kommt. Ich hab keine Zeit für sowas. Oh, geht schneller. Ja. 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 Dann haben wir noch unsere Munition. Ja klar, da haben wir noch Munition. Was machst du denn hier? Mach mal Jünger. Okay. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Damit hätten wir das dritte Level auch geschafft. So. Er kommt. Okay. So. Machen wir uns mal hier ran. Wow. Da ist noch einer mit einer Minigun. Fuck you. Komm her. Ja. Ah. Sag mal los. Was? Hallo? Und tschüss. Oh. Ich muss vorsichtiger spielen, alter. Hä? Da ist noch einer. Kommt der nächste her. So. Die blaue Perle heben wir uns mal auf. War das gut? Das ist kalt. Keine Ahnung, aber ich hoffe es ist. Na komm komm komm. So. Das Ding wieder aufmachen. Dann das Ding aufmachen. Und jetzt das Ding aufmachen. Oh. Ja. Los. Danke. So. Sehr schön. Oh Gott. Jetzt kommen ja die ganzen kacklos Souls. Und auf die freue ich mich ja jetzt schon richtig. Ja komm. Genau deswegen. Bei denen kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ja. 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 Scheiße. Okay. Whoa. Wo ist mein grüner Freund? Lebt er überhaupt noch oder ist er schon tot? Wer weiß noch schon? Wer weiß noch nicht? Wer weiß noch nicht? Wer weiß noch nicht? Woa? Ich versuche jetzt mal rüber zu springen, vielleicht haben wir das auch relativ... Wow, läuft doch! So, gut, was wir jetzt noch brauchen, sind jetzt noch unsere kleinen Dinger da, unsere... die ganzen Sachen, die uns dem verleiten. Komm, 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 jawoll! So, dich nehme ich mit! Dich nehme ich mit und dann war's das eigentlich schon, wir brauchen wir erstmal nicht. Das andere Secret Verständnis lassen wir mal raus, das einzige ist vielleicht noch...ja, komm, das hier bitte, nimm ich mal mit. Ja, wobei, bei denen wäre es doch besser, erst mal die anderen Dinger da zu machen. Ja, komm, komm, wir machen jetzt mal die andere Kaffee, ja. Soooo, cool! Achja, das ist ja jetzt noch Munition. Munition kann nicht schaden. Nein, wo bist du jetzt lang? Da muss ich lang. Goddammit. Äh, liegt hier halt. Kommt doch zu verwirren alles. So, jetzt haben wir auch einen Plasma-Gun. Wenn wir wahrscheinlich für das Winter gebrauchen können. Danke. So, jetzt lasse ich erstmal hier alles liegen. Brauche ich auch jetzt nicht mehr. Also, nicht so unbedingt jetzt. Von daher würde ich mal sagen, ab und ziehe. The Crusher. Oh Gott. Die Map kam jetzt schon? Ah, ich dachte, das wäre erst die sechsten. Oh, wir sind ja schon an der sechsten Map. Lol. 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 Der früte Typ ist doch ein echter Gehilfe. So, da bin ich jetzt ein bisschen spannend. Aber wir müssen erst mal speichern, ja? Oh, genau deswegen nehme ich. Genau deswegen nehme ich. Gut, wir wechseln mal hier zu der Waffe hier. Ja. Vielleicht hat es natürlich gar nichts. Da bräuchte ich schon einen Laser-Pointer. Ja, genau. Reden wir mal los. Fuck. Ja, das war klar. Das war so was von klar. Ah, der Spin ist aber echt scheiße jetzt hier. Gut, ich versuche erstmal, die Spin auszuschalten. Das wird nicht, das wird nicht. Das kann ich vergessen. Komm, stürp halt. Jawoll. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Statt die Pink, äh, statt die Info zu schalten. Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Dann ist er jetzt wieder hoch. Oha. Wo der jetzt? Da lang. Das war jetzt nicht so gut gelaufen, wie es sollte. Aber gut. Wir haben wieder mal überlebt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hast du dir ein Viecher in Ruhe? Die kann ich dafür. Wo war jetzt das Ding? Das blaue, das komische, rosa Ding hier. Dieses... Aha. Aber gut, okay. Allerdings brauchen wir es jetzt noch gerade gar nicht. Wir sind relativ gut. Das sehen wir uns mal auf. Wir werden es uns schießt. So, haben wir es eigentlich nachgeladen? Ja, fahren wir. Au. Na ja, wie den fuck? Das war so nicht klar. Das war so. Ja. Ja. Damit habe ich schon fast gerechnet. Das war so. Ja. Ja. Das war so. Ja. Ja. So war das doch gut. Nein. Diese Webbernen, die geben mir sowas vom Haar auf den Sack. Na komm. Perfekt. So, jetzt versuch Nummer zwei. Erstmal speichern. Äh, ja guck, hier. Why not. So, lalalala, lalalala. Oha, jetzt kommt der etwas gefährlichere Part. Hier rein im Ohr. Was ging eigentlich? Fuck, wie sind denn das? Okay, das hätte ich doch gerne. Mal diese blaue Dings. Ach, du hast überlebt. Und warum hast du dich denn nicht umgebracht, mein lieber Herr? Freund, Gesangsverein? Hier, hallo, wirst du nette. Danke. Hä, du Arsch? Bist du pausiert? Äh, ja, das ist pausiert. Wow. Fuck, ich hab die pausiert. Das war immer wieder typisch, Ronny. Das ist wieder typisch, Ronny. So. Lalalala. Nein! Boah, Alter. Ja. Was tue ich hier? Bist du? 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 Bist du den Terrorist? Nein! Boah. Alter. Fuck, fuck, fuck. Oh, der lebt ja noch. Oh Gott, diese Pinkies gehen mir sowas von hart auf den Sack. Gut, als allererstes muss ich die ganzen Pinkies verflossen. Na komm! Meine Fresse! Das dauert mir für meinen Geschmack schon wieder viel zu lange. Na, was muss ich jetzt? Wie kann der das überleben? Keine Ahnung, wie der das machen. Geht doch! So! Meine Fresse! Ach, jetzt kommst du! Ist ja nett. Ja. Die Frau richtig auch nicht mehr, Junge. Hast du schön verkackt hier. Hab mich auf dich verlassen, weißt du? Ich dachte, wir wären Kumpel. Ich dachte, wir wären Partner. Guck mal, was du aus mir gemacht hast. Ein Krüppel mit 19% Leben, Junge. Im nächsten Level schießt dich ab. Dann kannst du mal erleben, was dir Partnerschaft bedeutet. Schwuchtel. Und nein, ich hab nichts geschwuchteln. Aber ich hab fast gegen diese Schwuchtel, gegen diese hier. Schwuchtel. So, okay. Wollen wir uns erstmal wieder ein bisschen Emanation. Gut, sieht gut aus, dann ab ins Ziel. Kein Bock mehr, keine Lust mehr. Ja, das war's ja eigentlich doch schon wieder fast, hä? Lol. Aber ich sag mal so, dass letzt... Wir haben grad mal ne halbe Stunde gebraucht. Gut, wobei haben wir bei dem anderen Speedrun, glaube ich, auch genug gebraucht. Soweit ich mich entsinne. Weiß jetzt auch gar nicht, aber glaub ich schon. Wow. Was war das denn gerade? Ja. Was? Wobei ich haben bekommen? Ja, auf jeden Fall, ähm... Ja. Ja. Das war's soweit. Wir haben grad eine halbe Stunde gebraucht. Wow. Na, das gefällt mir. Ja, in dem Sinne, würde ich mal sagen... Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.